Rote Rosen, Franzi enthüllt schreckliches Geheimnis Bei Rote Rosen sorgt Franzis Geständnis für eine herbe Enttäuschung bei Katrin. Sieben lange Jahre lag Katrin, Nicole Ernst, im Koma und machte Florian, Stefan Klepp, schlagartig zu einem alleinerziehenden Vater. Als Katrin erwachte, war die Welt eine andere, in ihrer einst besten Freundin Anke, fand Florian eine neue Frau, die die zwei Töchter von nun an beim Aufwachsen begleitete. Während sich Katrin Stück für Stück ins Leben zurückkämpfte, näherte sich Mia ihrer Mutter immer weiter an. Erst viele Wochen nach Katrins Erwachen tauchte auch Franzi, Sophie Juncker, unerwartet in Lüneburg auf. Mia konnte ihr Glück zunächst kaum fassen, endlich hatte sie ihre Schwester zurück, die sie die letzten Monate schmerzlichst vermisst hatte. Punkt wie schwer Franzi der Heimatbesuch tatsächlich gefallen ist, wird in den neuesten Rote Rosen-Vorschauern klar. Rote Rosen, Franzi legt Geständnis ab. Auch wenn Franzi zunächst tough und selbstbewusst erscheint, steckt hinter der Fassade eine andere Seite. Fassungslos muss Katrin erkennen. Dass ihre Tochter sie nach all den Jahren unter keinen Umständen sehen wollte. Aber warum? Wie Katrin auf diese Offenbarung reagieren wird, erfahren wir schon bald, immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Wer noch mehr Rosen-News erfahren möchte, sollte bei KollegInnen von liebenswert vorbeischauen. ños Betranus Untertitelung des ZDF, 2020